Hi zusammen, ich bin's, Daniel Jung. Viele kennen mich als Mathe-Helfer vom Whiteboard of YouTube. Heute erzähle ich euch mal, wie einfach und unverbindlich ihr euch bei mehreren Hochschulen zeitgleich bewerben könnt. Dazu ganz einfach unter compounder.eu kostenlos registrieren, euer Profil hinterlegen mit entsprechenden Daten wie Lebenslauf, Abiturzeugnis und Co. Dann ganz einfach euren Wunschstudiengang eingeben. Hier im Beispiel jetzt Business-Psychologie im Bachelor. Dann werden euch die Hochschulen angezeigt und ihr könnt ganz einfach mit nur einem Klick euch nochmal unverbindlich bewerben. Ihr seid noch nicht eingeschrieben. Das Ganze geht auch entsprechend mit Stipendien.